Hey, hallo bei meinem kleinen Weihnachtsspecial. Ich habe für dich heute ein brandneues Weihnachtslied mitgebracht. Gerade mal eine Woche alt und aus meiner eigenen Federn. Also lehn dich zurück und genieße meinen kleinen musikalischen Weihnachtsgruß. Doch das Mensch in einem Stein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Doch das Mensch in einem Stein, er ist so anders, so ein unfassbarer Held. Am Himmel steht strahlend ein heller Stern, sein Licht scheint auf meinem Weg. Er sagt zu mir, das Ziel ist nicht mehr fern, wenn ich nur im Vertrauen weitergehe. Doch das Mensch in einem Stein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Doch das Mensch in einem Stein, er ist so anders, so ein unfassbarer Held. Ein Engel sagt den Ritten auf dem Feld, oh Scheiße, sie versteht es doch nicht. Er spricht vom Heiland, vom Wetter der Welt, sie geht los und glauben in seinem Licht. Gott als Mensch in einem Stein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Gott als Mensch in einem Stein, er ist so anders, so ein unfassbarer Held. Einen Stern und Engel, die wünsche ich mir, vor lauter Glückwand ich sie nicht sehen. Doch jeden Tag begegnen sie mir, Sterne, Engel, lässt Gott immer mit mir gehen. Gott als Mensch in einem Stein, Gott als Mensch in einem Stein, er ist so anders, so ein unfassbarer Held. Gott als Mensch in einem Stein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Gott als Mensch in einem Stein, er ist so anders, so ein unfassbarer Held. Er ist so anders, er ist hier und ganz real. Und nun wünsche ich dir ein gesegnetes Weihnachtsfest. Komm gut ins neue Jahr und vielleicht schaust du ja auch im neuen Jahr wieder hier auf meinem Kanal vorbei. Also, tschüss, deine Eule Astrid 07.